Wir sind hier gefangen, lassen Sie uns bitte raus. Hier ist keine Luft mehr. Wir kommen nicht mehr raus. Heute mache ich schon wieder ein Dos Plays Video. Von diesem ziemlich großen Gebäude hier, was auf diesem verlassenen Gelände ist. Die Tür ist offen, also gehe ich einfach hin. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sonics World of Adventures. Diesmal Lost Plays. Jetzt tragen Sie sich in das Gästebuch rein. Vielleicht findet sich ja jemand wieder, kann ja mal in die Kommentare schreiben. Jetzt sind wir erst mal im Ertischoss und schauen uns das mal an. Hier blättert die Farbe ab. Also das ist schon ziemlich cool, die Atmosphäre hier. Schallt doch richtig. Vielleicht ist da hinten auch ein Zombie versteckt. Hier sind Hände an der Wand. Was ist das denn? Wie kommt man denn da rüber? Wo ist hier die Tür? Da können wir gleich lang gehen, das ist glaube ich der Gang. Hier ist auch nochmal so eine abgeblätterte Wand. Hier ist wieder ein Graffiti. Gib mal hier einen Tresor. Hier hat man einer gegrillt. Mach mal auf. Geht nicht, wa? Der ist bis heute verschlossen. Wenn Sie da hin eingesperrt haben. Wenn Sie da hin eingesperrt haben. Da sind noch mal die Toiletten. Wollen wir mal die Etniveau hier lang gehen? Ja. Hier war es mal unten lang oder hinten. Ach, das ist der Gang. Hier muss so ein Schwestern zum Beispiel sein, der Scheibe hier. Hier ist schon wichtig was von weggekommen. Pssst! Was ist das? Was ist das? Schön mal. Pssst! 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 Das ist offen, das Fenster, das hat sich jemand aufgemacht, damit er hier raus und rin kann. Lass es offen. Vielleicht pennt hier öfters mal einer, mit Dachloser oder so. Wäre vielleicht ganz gut für so Aktionen eine Maske aufzusetzen, weil hier drin garantiert Schimmipilz an so ein Zeug sind. Wir werden jetzt in den zweiten Stock gehen. Natürlich ist auch der Alex wieder mit dabei. Guten Tag. Die Tür hat sich bewegt. Hast du die gesehen? Sieht drauf hier runter, ja. Die Tür? Die ging einfach von alleine zu. Geil. Viel Spaß. Wer ist da? Niemand. Gibt es das Gefühl, dass wir hier schon mal waren? Oder sieht das hier alles gleich aus? Ja, war ja. Das sieht schon gleich aus. Ich weiß ja nicht mehr, wie wir hier überhaupt rauskommen. Die sind die alten Leute damals mal aus im Garten. Ja, welcherweise könnte man da mal so sonnen. Im Garten, ne? ist eine treppenhaus gibt es denn am ende ist wahrscheinlich wieder war das wir hier hat jemand lange laufen passiert nicht warum nicht wird langsam dunkel draußen wo ist das treppenhaus alex ich muss hoch gehen wir endlich mal in den nächsten stock koffer hier ist ein bisschen mehr zu sehen im zweiten stockwerk 22 volt die von der farbe ja solidiert aus das muss ein büro oder arztzimmer gewesen sein das kenne ich noch von früher diese gepolsterten wände damit ich wieder mitlautschen kann da jetzt aufs dach jetzt richtig richtig runter gekommen alles könnte hier schon alles einsturz gefärdet sein wieder runter dahinten hier oben gibt es später zu sehen weitere leere räume genauso wie in den anderen stockwerken das thema noch im keller vielleicht ist da noch hat das ist die keller Wie geht's zum Keller runter? Wir sind also wahrscheinlich voll und lackiert die Gebäude. Mal gucken. Oh, dicke Stahltüren. Guck mal. Luftschutzkeller. Sehr interessant. Abschnürung. Guck mal. Hier sind Sachen, die eingepackt sind. Und hier sind die ganzen Notruf-Sprengknöpfe. Die ganzen Rufhörer. Telefone. Ja, das sind diese Patientenrufhörer von früher. Sehr interessant. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. fast besen rein die räume jetzt weiter treppe hoch hier ist was interessanter hier serverraum und ein alter drucker ist in der schreibmaschine die oktobus das ist eine oktobusanlage der telekom ja das ist von früher gewesen oktobus 8 8 1 0 ja das ist wahrscheinlich die lüftung oder klimaanlage ja 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 aber das gibt es vielleicht in einem anderen video im nächsten sonne im nächsten los video der gittertür ist die tatsache wieder mehrere möglichkeiten wir können nach rechts oder auch nach links hierzu irgendjemand hat uns eingeschlossen wir kommen nicht mehr aus ja wir sind hier gefangen lassen uns bitte raus hier ist keine luft mehr nee ich bin tot weil er mich gefressen hat da sind hier andersrum stefan wir haben da hinten was entdeckt da kommt man raus und da ist dann andere alte die bräude da wollen wir jetzt rin komm rin salam alaikum schön dass sie uns wieder raus lässt und jetzt kommt mit da sind noch die alten wandmalereien daran kiekt ihr das an ja 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 ja